Hallo und herzlich willkommen bei The Daliel Wir machen noch eine neue Folge von Slenderman und auch mein Kollege dabei Ja, genau da Ja, 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 ja Ey, nicht futtern, wir gehen später mehr raus Egal, komm, ich esse doch trotzdem noch Ja Ja, ihr seht's Prison Ich bin Wichser Oh nein, nicht das Hast du schon mal gezeigt? Äh, ja, heute Oh, Alter, da muss man acht Fotos finden Die Fotos sind so gut versteckt Die kann man eigentlich fast nicht finden Ja, das war jetzt einfach Aber Teil davon bin ich eine halbe Stunde herumgelaufen Und hab noch kein einziges gefunden Ja, das ist natürlich Scheiße Das ist relativ blöd, weil Ich glaube, mein Verfolg ein, ja Ja, und da ist Nur ein einziges Mal auseinandergekommen Aber ich weiß jetzt, glaub ich Oh Immer wenn so ein Schrei kommt, bist du Oh, fuck Alter, scheiße Scheiße Also wenn sie jetzt schon aussehen, dann wäre das eine sehr kurze Folge Ja Alter, aber Wieso ist Slender dort gewesen? Ja, du hast ein Foto Oh Ein Foto Toll Aber bei Nun ja, davor war es nicht so übel, weil ich Teil zwei Fotos hatte Tja Oh, toll, jetzt kommt der noch öfter als vorhin Ja, noch früher Geh mal recht Von dort bin ich gekommen Nein, du bist von deinem Kommune gerade bist du Echt? Ja Ja, aber ich bin Von dort Da Ja, du weißt ja Dorthin gelaufen Oh, da warte grad Der hat sich gebeamt Ja, Leute, er kann das Wurde ja vom Enderman in Mannschaft inspiriert Ja, und einmal, das war Assi mies Die Batterie ist hier ausgegangen, bei der Taschenlampe Und dann? Was glaubt du? Ja, ich konnte keine Teile mehr finden Ganz Lenserman hat mich erwischt Oh, diese zwei sinnlosen Räume Aber das nur zur Abschreckung Das weiß ich Von mit so Da steht er glaub ich, oder? Ne Ne Und jetzt bei mir so grad ausgesehen Nichts ist unmöglich Auch ne Ich glaub da wo Licht ist soll das die Taschenlampe vielleicht ausmachen, weil sonst passiert das nochmal mit dem Mit der Batterie Ja Also Da wo Licht ist Da wo Licht ist, braucht man die Lampe eigentlich Mh Mh Ich hab echt nicht Angst Man sieht's dir an Mh Man sieht's dir an Mh Welche lasse ich aus? Ein dunkler, dunkler Raum Und dann gefolgt von einem ganz, ganz hellen Raum Was ist das? Ja Achso, man muss nicht nur Fotos suchen Auch so Zeitungsvertikel Ja, genau, weil irgendwas Was relativ auffällig rumliegt, oder? Ja Ich glaub da war Das war dein Lamp Ja Scheiße Egal, ich kann eh trotzdem fast alles erkennen Hier Ja Es gibt aber auch ganz dunkle Räume Ach, ne Oh fuck Bullshit Ja, und jetzt kommt er auf einmal Ja, ne, einmal Äh, da war es noch nicht da Oh, toll Äh, da war es noch nicht da, war Teil Ähm, da habe ich Einfach nur mal aus Fun Rund zu einem Slenderman teilgezuckt Ja, guck Ja, das war glaube ich Ach, egal was war Ähm, guck Da bin ich Irgendwo Gelaufen Ja Ja, in zum Umgang Dreh mich um Da steht sie denn da Mhm Und ja, ich seh, dass er sich vorbeamt Mhm, ja Ja Äh, ja, Teil Äh, dann ist er weg Dreh mich wieder um Und lauf grad aus weiter Was ist das? Der hat mich Der hat sich vor mich gebeamt Das war unfair Da Schwarz Ja, das mach ich gerne Das mach ich gerne Oh Gott, der, der, der kommt jetzt so ne Oh, der ist neben mir Hast du dich die Welt gefallen? Ha, fail Ha, 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 fail